Hier präsentieren wir die 5 besten Staubwedel-Tests. Lass uns anfangen. Für mehr Informationen, überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video. Liste zu Start Nummer 5. Eilivell den Barer Staubwedel-Duster. Der Staubenthusiast besteht aus erstklassigem Mikrofasermaterial mit einem neu errichteten Edelstahlmast, der nicht so gut Korrosion ist und eine lange Lebensdauer hat. Dieser einziehbare Mikrofaserabscheider verfügt über einen zusätzlichen langen Stab, der bis zu 206 cm erreichen kann, wenn das Fernsehen komplett erweitert wird. Dies macht es möglich für Decken, Spinnwerpen, Wände, und auch Deckenanhänger. Sie brauchen keinen Stuhl oder eine gefährliche Leiter, um nach oben zu gehen. Nummer 4. Swiffer Staubmagnet XXL Starter Kit plus 2 Tücher. Beinhaltet die ausgeprägte Reinigungseffizienz des Swiffer Schmutzmagneten für Schmutz und auch Familienhaustierhaare mit einem Teleskop-Poll, der ca. 90 cm erweitert werden kann. Der vielseitige Drehkopf kann in 4 verschiedenen Platzierungen verriegeltet werden. Perfekt, um Schmutz von reduzierten und auch schwer zugänglichen Orten wie Deckenventilatoren, Sockelleisten und Deckenstreifen loszuwerden. Für mehr Informationen, überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video. Halbzeit unserer Liste Nummer 3. Lifehide Staubwedel Duster XL. Mit dem Duster XL von Lifehide wird die Reinigung einfacher und auch Objekte sind in wenigen Sekunden staubfrei. Selbst feinster Staub wird eingezogen und auch durch die superdichten Mikrofasern gebunden. Der Schmutz kann sich andernorts nicht auflösen und ist auch mit seiner extra langen Reinigungsfläche von 38 cm ideal für die Reinigung großer sowie glatter Oberflächen wie B-Tischplatten. Die superweichen Fasern passen sich jeder Oberfläche an, ebenso wie Staub wird zusätzlich sorgfältig von empfindlichen Oberflächen wie Computer- und Fernsehdisplays befreit. Nummer 2. Sichler Haushaltsgeräte Staubwischer Biegen Sie den flexiblen Frontkopf im richtigen Winkel. Sie können leicht Ihre Schränke oder zwischen den Lichtaspekten erfolgreich sein. Jetzt können Sie Ihre Lampen und auch Möbel leicht und fein abstauben. Ohne Wasser machen Sie Ihr Bücherregal nicht nur staubfrei. Und die Nummer 1 unserer Liste. Cremann Staubwedel I waschbar und ausziehbar. Der Schmutzwischer von Cremann enthält dicke Mikrofasern, die den Staub magnetisch einziehen und zuverlässig halten. Der Staubabscheider kann ca. 100 cm erweitert werden. Damit erreichen Sie den Staub am Oberkörper der Schubladen zusammen mit auf der Hohenschrankseite. Für Tischplatten, Heizkörper, Autos, etc. Ordentlich klug in der Nähe mit unserem 180 schwenkbaren Federstaubsauger. Für mehr Informationen, überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video. Danke fürs Zuschauen, abonnieren unseren YouTube-Kanal.